Herzlich Willkommen im Café Langes Mühlen. Seit 2004 begrüßen wir unsere Gäste in unserem historischen Gebäude auf dem Museumsgelände Langes Tannen. In gemütlicher Atmosphäre servieren wir Ihnen in unserem antikeingerichteten Café leckere hausgemachte Torten und selbstgebackenen Kuchen. Genießen Sie das unvergleichliche Ambiente unseres Hauses. Wir bieten den passenden Rahmen für Veranstaltungen bis 25 Personen mit Kaffee und Kuchen. Außerdem dient unser Café der Stadt Uetersen als romantisches Trauzimmer, denn an 365 Tagen im Jahr sind in unserem Hause standesamtliche Traurungen möglich. Eine weitere Besonderheit ist unser Frühjahrs- und Herbstmarkt mit den vielen unterschiedlichen Ausstellern, die bei uns auf dem Museumsgelände rund um das Café Langes Mühlen ihr Kunstgewerbe anbieten. Oder genießen Sie die über das Jahr stattfindenden unterschiedlichen Veranstaltungen in der reetgedeckten Museumscheune. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß, ob bei einem Besuch in unserem schönen Café oder einem Rundgang auf den einzelnen Veranstaltungen. Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich auf dem Museumsgelände Langes Tannen begrüßen zu dürfen. Ihr Team vom Café Langes Mühlen